Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans Martin Beck und ich möchte dir in den nächsten Minuten kurz erklären, was dich in meiner Ausbildung Kursreihe Inka-Tradition erwartet. Es handelt sich dabei um eine schamanisch-spirituelle Ausbildung, die an fünf Wochenenden im Jahr stattfindet. Insgesamt sind das elf Tage. In diesen elf Tagen bringe ich dir alles bei, was ich selbst in den letzten zwölf Jahren bei westlichen und indigenen Meistern gelernt habe. Dabei decken wir das ganze Spektrum dieser Inka-Tradition ab. Das bedeutet, du lernst die Inka-Tradition von ihrer magischen, von ihrer mystischen und von ihrer sozialen Seite her kennen. Ganz konkret heißt es, die mystische Seite führt dich ins Weltbild der Inkas ein, in ihre Grundlagen, gibt dir wichtige und kraftvolle Initiierungen und sie lehrt dich die drei Basisübungen, die du brauchst, um alle anderen Kurse anschließend auch machen zu können. Die soziale Seite der Tradition lehrt dich die Fähigkeit, Liebe als Kraft anzuwenden. Das bedeutet, sie lehrt dich, Liebe willentlich zu erzeugen, um Liebe in alle deine Beziehungen hineinbringen zu können und liebevolle Beziehungen leben zu können. Die magische Seite der Inka-Tradition wiederum zeigt dir, wie du mit Hilfe von acht Helfern, die du dir selbst aussuchst, Dinge in deinem Leben vollbringen kannst, dass andere dich fragen werden, boah, wie hast du das denn gemacht? Daneben gibt es aber eine weitere Facette dieses Trainings, die ich nenne Training oder Hilfe zur Selbsthilfe, ein Training in How To. Denn du lernst ganz wichtige Werkzeuge, die dir helfen, Ängste aufzulösen, dich aus Abhängigkeitsverhältnissen zu befreien, liebevolle Beziehungen aufzubauen zu deinem Partner, deiner Partnerin beispielsweise, zu deinen Eltern, zu Kollegen, zu deinem Chef, zu Menschen in deinem Verein. Also sprich, liebevolle Beziehungen zu allen Menschen in deinem Umfeld. Aber es geht auch darum, dein Leben in neue Bahnen zu erlenken und letztendlich das Leben zu leben, was du dir immer erträumt hattest. Es geht also in dieser Ausbildung auch darum, dass wir wachsen. Wir wachsen, indem wir das ausleben, was in uns drin steckt. Du kannst dir das vorstellen wie ein Baumsamen. Wenn wir diesen Baumsamen einpflanzen und ihn mit verschiedenen Energien zusammenbringen, wie der Energie der Erde, des Wassers, des Lichts und des Windes, dann fängt dieser Baumsamen an zu keimen und zu wachsen und der Baum wird Zeit seines Lebens wachsen und das ausbilden, was von Anfang an in ihm drin gesteckt hat. Und genau das machen wir in diesem Training auch. Du lernst das auszubilden, was schon immer tief in dir geschlummert hat. Zukunft fängt meiner Meinung nach immer bei uns an. Und vielleicht ist diese Kursreihe der Beginn einer neuen Zukunft für dich. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, dich kennenzulernen und ich freue mich, wenn dich die Kursreihe Inka-Tradition interessiert. Von daher wünsche ich dir schon heute alles Gute, alles Liebe und ich sage bis bald. Tschüss.